Bruno Banani Bruno Banani, ein deutsches Erfolgslabel für Mode und Parfum. Stets darauf bedacht, maximale Aufmerksamkeit auf sich und seine Produkte zu lenken. Und zwar auf möglichst außergewöhnliche Art und Weise. Zum Launch des neuen Männerdufts Absolute Man kam das Unternehmen mit einer besonderen Aufgabe auf uns zu. Einen Social Media Hype kreieren, der Männer auf den neuen Duft aufmerksam macht und sie online aktiv werden lässt. Wir dachten uns, Klischees über Männer gibt es zur Genüge. Und manchmal steckt in ihnen auch ein Körnchen Wahrheit. Wie zum Beispiel, dass sich selbst die besten Kumpels gerne mal gegenseitig aufs Korn nehmen. Mit dem gewissen Augenzwinkern, versteht sich. Also entwickelten wir ein interaktives Facebook-Video, bei dem jeder Mann aus seinen Kumpels aufgeblasene Mr. Romeos Mr. Fitness Und Mr. Cash machen konnte. Während man selbst zum Absolute Man wurde. Von der Damenwelt vergöttert, von den Freunden beneidet. Mit Hauptdarstellerin Katalina, rund 50 Schauspielerinnen und Statistinnen und 30 weiteren Beteiligten am Set kam die Produktion des Videos einem Kinofilmdreh gleich. Doch wie bekamen die User ihre Gesichter in das Video? Via Facebook Connect und einer eigens entwickelten Applikation konnten Teilnehmer ihr Profilbild auf das Absolute Man-Banner packen, ihre Freunde verlinken und das fertige Video posten. Jeder Arbeitsschritt des Projekts, von der Idee über die Produktion des Videos bis hin zu seiner Verbreitung auf Facebook kam dabei aus einer Hand. Mit Hilfe eines Online-Seatings wurden weitere enorme Reichweiten erzielt. So wusste die Online-Männerwelt pünktlich zum Launch des neuen Dufts Bescheid, dass Absolute Man kommt und in jedem ein Absolute Man steckt. Nun ja, in jedem. Außer den eigenen Kumpels. Hinblick auf die Fauch pada drei Minuten. Dann galt, dauert. �� error.